Unusual Memes? Ja gut, ok. Vor zwei Tagen, korrekt. Bin gespannt. Was kann die Folge? Rachel, mach es! Ah! F***ing bad, für dieses Spiel, son. Wtf? Brandon ist über die erste Überhandsstreik in der Welt. Was war das für ein Wettbewerb? Das ist für ein Wettbewerb. Oh, look at how pretty she is. Ich wusste, dass sie nicht explodert. Ich wusste da schon vorher lachen. She's so pretty. I love you. Do you believe that? Just use the garlic to draw patterns. In whatever shape you want in the pan. und die Ecke wird in dieser Art. Zitzen, einfach mit Zucker mit Potassium-Permanganate-Powder. Zitzen, mit einem Stich. Oh mein Gott, das gefällt mir. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Musik He is out of breath So he is gone Alter, wie krass ist der? Wie nervig das ist, oh Gott Der hat nur Knochen So was liebe ich so sehr, ne? Wenn du nicht lachen darfst, aber trotzdem lachen musst, das ist so fies während einem Live-Auftritt. Ich freue mich auch noch den Sänger, das ist fies. Halt's Maul. Das ist doch geil. Was? Die hat sich genau auf so ne... Geil. Ist das editiert oder ist das echt passiert? Ohohohoh, ey, ohne witz ne? Ich glaub, die Ente hat sich so erschrocken. Jetzt war schon gefeit mit dem lebendigen Klettverschluss, aber noch nicht so gefeit wie Miki, jetzt soll ich noch... Ihr habt alle den Clip noch im Kopf, es ist wichtig, dass ihr den habt. Jeder Einzelne hier, der darf niemals untergehen. Da läuft das schon, oh das war jetzt überaus gelungen. Exorbitant hoch. Das war seine allererste Aktion. Da hatte ich meinen Schlüsselbeinbruch und brauchte einen Sportdouble, der die Sportchallenges für mich übernimmt. Und Monte und Kai Pflaume springen da einfach so drei Meter hoch. Und Micky springt unter, unter das Trampolin. So, da läuft er schon. Oh, das war jetzt überaus gelungen. Exorbitant hoch. Also, das hätte auch jeder Hamster geschafft. Ich fass es nicht. Den dürfen wir auch bitte nie vergessen, den Clip. Ja, da ist nichts dagegen im Vergleich. 1, 2, 3... Ich fahre uns dazu. Oh, was? Ah! Oh, was? 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 Oh Holy shit, that's a lot of money That guy was holding a bank vault worth of money. Go get it 20 bucks Last morning crows on the ski Taco for dog Very good Oh my god, is she really? Holy shit Holy shit Witzig, viele Tierbabys sehen süß aus, aber das finde ich irgendwie eklig Fuß, Hand, es hat erstmal vier Hände, ist auch trotzdem schon faltig, sieht trotzdem aus wie alt Gibt's süßere Sachen Also ich sag mal, es ist zu 80% eklig und zu 20% süß Der